Dann starten wir also dieses neue Wahlpflichtfach Digitale Welten. Da werden wir ja gemeinsam einige tolle Sachen entdecken und bearbeiten. Und ich könnte jetzt schon ein paar Sachen davor wegnehmen oder herzeigen. Wir werden zum Beispiel T-Shirts machen oder Stickern. Mit dem Laser Cutter werden wir arbeiten. Da gibt es ja ein paar tolle Sachen, die wir da konstruieren und bauen können. Wir werden auch mit dem 3D Drucker arbeiten und da ein paar tolle 3D Modelle machen. Wir werden uns aber auch mit der Audio Technik beschäftigen und wie man das bearbeiten tut und verarbeiten tut und veröffentlichen tut. Das Arbeiten mit dem Microbit vor, den kennt wahrscheinlich noch nicht so jeder. Da sind noch ein paar tolle Sachen möglich. Auch der Raspberry Pi wird dann Inhalt sein. Da lernen wir auch ein bisschen programmieren. Videotechnik, Videos bearbeiten, so ähnlich wie das, was wir jetzt da gerade machen oder das veröffentlichen. Und natürlich beschäftigen wir uns auch mit vielen anderen digitalen Themen. Sei es jetzt Robotik, Fertigungstechnik. Und dann schauen wir uns noch an, wie man sich vor diesem digitalen Übermaß auch noch ein bisschen schützen kann. Ja, dann wünsche ich uns viel Spaß bei dieser neuen Welt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.